Ey John, bist du überhaupt am Fasten? Normal bin ich am Fasten, Bruder. Ich bin drauf vorbereitet. Aber bist du am Fasten? Na, wo warst du, wo ich gefastet habe? Oh, guck mal, wer da kommt! Oh, du! Oh, hier ist der Rembrandt-Kontrolle. Einmal bitte aufstehen. Warum ist der da ja wilder Fischbogen so mit? Ja, was du mal! Auspusten! Oh, du rechst noch drei Aschenwischen! Du brauchst mehr als mein Opa! Der nächste! Aufstehen! Zunge raus! Uh, drei Zentimeter drüber, Feuchtigkeit! Bifi? Du wirst dich am Fasten! Sitz dich hin! Ich konnte nicht anders!